ein paar sieben Leute kommt zurück nach der Aufnahmepause die ich nicht eingewilligt habe geht es jetzt weiter es ist sicher zu machen da war schon der erste Heap ich soll mich verpissen wenn sie eventuell in dem Weg ist nein du hast mich geschlagen ich habe dich nicht geschlagen nein das war Florian hier ist schon der erste Konflikt wie am Laufen toll das was auf Band ich hab dich nicht Motivation ist jetzt da ich bin der Mannschaften einfach klar dass die Motivation immer noch nicht da jetzt packen was alle hat sie meint ja man könnte jetzt die Finger ausruhen also mit an die Finger gar nicht weh die Show haben ja auch schon als ja nur ein es ist so ne ich benutze er hat drei ins Garten nehmen wie die drei Träner gefallen müssen das war echt blöd weil weil Saufbach leveln die sich jetzt Flo ich finde das voll ich finde die Folge voll geil und dann als Karten mit seiner Mutter angekackt hat weil er in die Schüssel kacken wollte ich hab das eh gedrückt wie ich hab das eh gedrückt ich hab dran sauberer ne ich bin so geil ne ist so richtig Premium richtig Premium und da ich hab jammern so mit dem mann fällen Coq wegen der Aufnahmepause schalte ich jetzt den dritten Sprung nicht mehr so ich hab das erste Mal richtig weit geschafft ja ja das nur wegen der Aufnahmepause ja leck mich ansehen 100%ig hundertprozentig in der Aufnahme von Parallel mit Florian Parallel zu ein weiterer ja nein mehr verhalten wollten hätte ich ein Apfel A dabei er war richtig prämen ich bin nein Nein! Ey, Flo, du musst echt mit Primum aufhören, ey. Ich find das Wort voll cool. Nein! Flo, wir sollten das jetzt machen, weißt du warum? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Das Level hier. Ja, das sollten wir echt machen. Und weißt du warum? Warum? Weil wir's können. Ganz genau. Alter! Gib der mir eine mit, ey! Voll die Schelle. Hey, also richtig die A-V-O-P-Schelle. Nein! Alter! Leckwig! Das war ausgerechnet gleich die Gerechtigkeit. Also der Ausgleichheit, halt bloß. Brauchst gar nicht lange rennen, um zu springen. Zum Glück, ne? Störfelspreis noch lange. Bis so. Ach Gott. Boah, ich hab wieder E gedrückt, wie so tue ich das? Äh, da kenne ich zwei Gründe. Entweder, du hast einfach nur richtig große Hände und triffst anstatt das D, das E. oder das D ist einfach nur etwas nah an dem E dran, sodass man sich da etwas leichter verdritten kann. Nein, aus. Ach. 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 vorsatz wird es ja noch nichts gebracht ja noch in die Frau wer auch so wichtig er hat den Sprung fast geschafft das ist richtig geil das ist besser als nicht mal annähernd er hat jetzt gerade auch nicht er ist auch untergefallen davor ist er auch schon annähernd immer daran gehören ja man kann annähernd und nicht annähernd dranhängen wo liegen der Unterschied tut Depp weil es so kommt mal jetzt haben die Annähernd dran ein erbar annähernd drauf und jetzt habe ich unannähernd dran Tio die Feuerwehr ich nicht mal an der Transparenz zurückgehen so wie jetzt zweiter Anwärm dran ich bin dran an der nächsten nicht guck wegen der Aufnahmepause schaffe ich den dritten Sprung nicht mehr so easy Colorado ha so weißt du noch als wir diese ganzen verfluchten Städte in englisch auswendig leer mussten von Amerika alles starten und die Hauptstädte Prozent und dann kam nur drei Städte oder sofort muss man da drauf passieren das Leiter ich muss der andere Seite aber auf der anderen Seite so muss der und weh gleichzeitig drücken wenn ich auf die hier will ne oder oder nein es auch wenigstens bin ich nicht ganz rund das mach ich da Prozent Prozent also das hätte einfach bleiben soll das ist gar nicht als Antworten und so es war mal die Antwort aber immer gerne das war die übelst rhetorischen Fragen aber ich habe Prozent 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 ohne mich dass du da jetzt nicht drauf gekommen also der Prozent 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 Heizkalt einfach um dich zu schlagen Sackgarten das Verdummen ich dachte im Runderspringen ich bin gar nicht mehr geschlagen hast du aus mich vorher schon geschlagen du musst jede Chance nutzen René eigentlich ich weiß wenn ich es geschafft hätte jetzt das wäre dein Lauf gewesen Junge keiner von denen hier ist mein Lauf ja und du hangst da annäher dran ne ja aber wie oft ist das jetzt schon passiert wo weiß ich nicht wieso 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 reicht es nicht wenn man Schiff drückt weil es noch nicht schwer genug ist es ist weil der Sprung sonst wahrscheinlich noch schwerer wäre wenn man ihn dann anders machen könnte Florian schafft mich nicht wetten Prozent 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 Spargel Spargel Scheiß ich mag Spargel nicht Spargel ist richtig kacke ist das richtig kacke ist so Obergin Fakt vor allem wie die geschrieben werden na ja und so a u b e r oder so weißt du was geil sind geiles mangos oh ja und papayas papaya papaya und schnitzel papaya papaya was ist papaya scheiße 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 seife seife was ist scheiße ich lach darüber echt noch papaya papaya ooooh ey wenn ich jetzt in den nächsten Seife seife nicht über papaya ach echt wusste ich gar nicht passiert wenn ich die nächsten 10 Male von dem Block hier nicht schaffe dann gebe ich auf und es ist traurig 20 30 50 Minuten gebe ich auf ok und jetzt wohin hier ich glaube nicht nach da oder ich weiß ach hier kann rum aber der Sprung ist eigentlich nicht so schwer und ich verkack ihn natürlich und er hat sich auch verkackt jetzt bin ich wieder ganz unten um aber auch so nicht von da wo ich es mache wie ich wollte das ist genauso schwer voll easy ey das ist voll safe das Sex hui boah ich sprich auch schon voll hier passi leck mich leck mich ok k du hast zweimal schlagen echt viermal oder fünfmal geschlagen ach und jetzt an die Leiter ok jetzt jetzt ist es jetzt ist jetzt ich sehe dich gar nicht mehr ach ja warum wir dich jetzt verkacken ne dann bin ich so scheiße das wäre das jetzt so witzig ne oh ja you have now offizielly beaten 50 level ja man wuuu wuuu ich bin ein wahl warte jetzt können wir aufgeben von wegen game mode 1 das wird jetzt nervig wieso ich guck euch doch nur zu dem lag bei der letzten challenge war er auch nicht nervig boah ist das heftig ey boah boah ne da kommen auch so heftige Sprünge ne aber der letzte der letzte also der vorletzte theoretisch ist ein bisschen einfacher weil du hast danach noch eine Leiter du hast erstmal zwei Leitern und danach noch eine geschafft ey ist das pretro shit geil kacke und das war nicht wegen der Aufnahmepause so irgendwann hätte ich so oder so geschafft so kein Bock mehr okay ich hätte es eh nicht schaffen können toll dass du da nicht glaubst so ich versuche jetzt mal allein die Sprung hier auf auf geber jo mega planer wohl hätte man hier gemusst hö du hier ja hier an die Leiter hier an die hier ist eine Leiter das ist sogar mehrere Leute siehst du ja aber von da an hätte sie dann wieder dahin springen aber das habe ich eigentlich nie geschafft das habe ich eigentlich nie geschafft es ist unmöglich das ist voll leicht von da nach da ach echt geh weg René voll leicht redet in die Partie ist da das nicht stören oh Boah sie packt das jetzt Alter das ist voll unlogisch da wir mal kurz hochfliegen nein das ist ja voll leicht eigentlich ja der ist auch leicht hier einfach so und dann so auch wenn ich hier bin einfach so und dann nur Springer ja wenn ich so fliege wenn ich davon nicht abgeprallt aber wenn ich springe freilich da an der Seite ab da hast du Pech ich hätte es nie gepackt niemals hätte ich diese Challenge gepackt und ich werde jetzt was machen was schon lange überflüge überfällig war jetzt irgendwo EP Kügelchen rumfliegen nein ich habe die Dorschau im Widersatz so Boah ey Pasi guck mal dieses Schild ne da kannst du auch draufstehen Dauer auf das Aufgeberschild muss das Aufgeberschild hm hier oben was so warte muss noch was ein Schild hin warte oh Gott jetzt kommt's ja los René oh 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 Pasi schafft das jetzt Pasi mach das Ding mach das Ding mach das Ding hast doch mal deine Klappe ja der macht das der macht das alter wie schwer ist eigentlich der Sprung von hier 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 an dieser Leiter der ist übel alter erst kommt der arschige Sprung oh sauberer ne richtig Premium mal wieder so wie immer erst ist der scheiß Sprung und dann kommt so einer ja der ist echt schwer so da bin ich schon oft drangeschafft und dann ja der ist nicht so schwer eigentlich ja und dann den den fand ich eigentlich auch nicht schwer den habe ich direkt beim ersten Mal geschafft ne beim zweiten beim zweiten habe ich den geschafft glaube ich boah dann der der ist aber übelst einfach der danach ja also das ist ja normaler ja dann hier drauf und den habe ich auch beim ersten Mal geschafft den hier wo drauf hier boah boah ja und wenn ich den hier verkackt hätte das wäre echt witzig Prozent hübschen einer hoher die Packers jetzt hoher die Liga Welt passiert das jetzt aber auch weil die Springer hatte doch Springer sie ja ja geschafft ja verlierer Rene du bist ein Loser als Neuer Pasi er fühlt sich jetzt nur extrem hart weil er es geschafft hat vor verdammte Scheiße 1 1 1 1 1 1 Kelle dann einfach nur so glücklich auch wenn dort ein nein nein er macht mich jetzt schon das ist ja 51 Tja so schwer eigentlich kann es ja machen ja dann mach mal aber irgendwie doch schwer ich habe irgendwie den zweiten nicht ich habe irgendwie ich habe ich den zweiten da ist auch irgendwie kacke hä was ist los Super Pasi geht du zuerst auch wenn du irgendwie schon viel eher da war als ich ja es ist mir doch egal wie könnt ihr den verkacken jetzt verkack ich bestimmt ne ich habe nicht gekauft können wir den verkacken verliebt auch jetzt kommt er Pasi geht jetzt ein bisschen weg ok nicht ich bin noch nicht springen L Seite durch Hörpers ist recht durch Premium 9 auch auch sie konnte sich auf Super Pasi hat sich gerettet und wenn man runterfällt dann fällt man ganz runter dann ja ich die